cute baby miley der kanal für kinder so hallo ihr lieben heute design ich mal den da vinci türhänger das ist die vorlage vom türhänger gibt es hier in jeder spitze zwei löcher und ob man zieht durchstechen und diese laschen hier die stecken wir jetzt da in die löcher die immer freigemacht haben ungefähr einmal durch und da wieder rein jetzt hat unser stand die dreidimensionalität die wir erreichen wollten ein bisschen tricky ja die sachen zu falten und da einzustecken aber schaut natürlich schon cool aus die farben vier farben sind drin türkis lila gelb und rosa beginnen wir rein und los kann es gehen und 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 Musik So, das war jetzt mal mal so kurzer, mal gucken. Ja. Musik Musik Die Lina dabei, das war nicht so viel. Musik 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 So, das war jetzt die Türkis, Kamos, Musik 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 So, fertig ist unser Türhänger. Fertig designed mit Dovinci Masse. Macht Spaß, auf jeden Fall immer wieder. Der war jetzt nicht ganz so einfach wegen den schrägen Flächen und so weiter, aber ist machbar. Mit diesem Bändchen hier kann man den dann aufhängen noch, hier und hier befestigen. Das erspare ich euch jetzt, das dauert bestimmt ein bisschen, bis ich die Knoten gemacht habe. Ja, das ist das Ergebnis. Natürlich kann man unten auch noch irgendwas reinschreiben. Merry Christmas oder irgendwie sowas. Oder Frohe Weihnachten. Ja, das war's. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.